Wir haben uns ziemlich festgelegt, was fangt auf dich ist, was abgedreht, weil du keiner von den Spinnern bist, du glaubst nur, was du siehst. Nach sich selber schauen ist ganz normal, wir sind trotzdem auch nicht unsozial, weil es irgendwie ja logisch ist, du glaubst nur, was du siehst. Du glaubst nur, was du siehst, was wäre, wenn alles anders wäre, was wäre, gibt's da unendlich mehr, was wäre, wenn du dir das Klasse rauchst, du siehst nur, was du glaubst. Gott stellt sich so manches anders vor, das klingt erstmal wie ein Eigentor, weil das alles so ganz anders ist, du glaubst nur, was du siehst. Du glaubst nur, was du siehst, was wäre, wenn alles anders wäre, was wäre, Gibt's da unendlich mehr, was wäre, wenn du dir das Klasse rauchst, du siehst nur, was du glaubst. Wenn uns das Beste durch die Lappen geht, weil es kaum noch jemand recht versteht. Und was ne unglaubliche Sache ist, du glaubst nur, was du siehst. Was wäre, wenn alles anders wäre, was wäre, was wäre, was wäre, Was wäre, wenn alles anders wäre, was wäre, Gibt's da unendlich mehr, was wäre, wenn du dir das Klasse rauchst, du siehst nur, was du glaubst. Was wäre, wenn alles anders wäre, was wäre, gibt's da unendlich mehr, was wäre, Wenn du dir das Klasse rauchst, du siehst nur, was du glaubst.